Heute geht es um das Thema YouTube Analytics, also was es dir bringt, im Nachhinein deine Videos zu analysieren. Ich persönlich habe daran gar keinen Spaß, aber warum ich trotzdem mir manches anschaue im Nachhinein, das erzähle ich dir heute und gebe dir fünf konkrete Tipps, wie du dich verbessern kannst und mehr Zuschauer gewinnen kannst für deine Videos, indem du dir die Analytics deiner bisherigen Videos anschaust. Bleib dran! Hallo, hier ist Christian mit einem schnellen Video, heute mal komplett ohne Beleuchtung, ohne irgendeinen Aufwand, Kamera an und los. Warum? Neben mir sind Bauarbeiter zugange auf dem Nachbargrundstück, die sehr viel Krach machen und gerade ist mal eine Pause und ich möchte es nutzen, diesen wahrscheinlich sehr kurzen Zeitraum. Außerdem finde ich es auch einfach mal spannend, nach langer Zeit mal wieder zu sehen, wie ist denn ein Video ohne künstliche Beleuchtung? Ich habe heute viele Wolken vom Fenster und das ist eigentlich, denke ich, eine ganz gute Voraussetzung, um mal nur mit Tageslicht zu arbeiten. Aber jetzt zum Thema, es geht um YouTube Analytics. Warum kann ich das Thema eigentlich nicht besonders leiden? Weil es rückwärtsgewandt ist. Ich bin ein Typ, ich lebe in der Gegenwart und schaue optimistisch in die Zukunft und zurückzuschauen auf meine Videos, wie war das, wie schlecht oder wie gut, macht mir einfach keinen Spaß. Ich kann auch nicht verstehen, wenn Leute sagen, das und das war der Fehler meines Lebens. Nein, ich denke, wir sollten nach vorne schauen und es so gut machen, wie wir können in der Gegenwart planen für die Zukunft. Aber wir können sehr wohl was lernen von der Analyse unserer bisherigen Videos. Darum soll es, wie gesagt, heute gehen. Das ist natürlich vor allem ein Thema, das hilfreich ist für alle, die schon länger dabei sind und Videos machen, weil wenn du noch kein Video veröffentlicht hast, dann bringen dir auch die Analysen nichts. Aber wenn man schon länger dabei ist, dann kann es auch sehr motivierend sein. So habe ich zum Beispiel gerade gemerkt, dass ich im allerersten Jahr meiner YouTube-Aktivitäten 2014 nur etwa 1.000 Abonnenten im ersten Jahr gesammelt habe auf meinem Gitarrenkanal. Im letzten Jahr 2020 waren es 15.000 Abonnenten in einem Jahr. Also insgesamt derzeit knapp 50.000. Das macht doch schon mal Spaß, wenn man sieht, dass sich sowas positiv entwickelt. Und das ist eben kein besonderes Glück oder so. Das ist die Summe vieler kleiner Arbeitsschritte, die das Ganze immer besser macht und immer mehr Leute damit auch anzieht. Und da können wir ganz gut die Analytics nutzen. Ich zeige dir mal am Rechner, was ich meine und was ich dir für Tipps geben kann. Also ich bin jetzt eingeloggt bei YouTube und habe meinen Gitarren-Video-Unterricht-Kanal ausgewählt. Bin jetzt im YouTube-Studio und da siehst du auch gleich in der linken Spalte gibt es die Analytics. Und bei allen Dingen, die ich dir jetzt zeige, bei allen Tipps, ist wichtig, dass wir immer im Blick behalten, welches Zeitfenster wir uns gerade anschauen. Jetzt sehe ich auf einen Blick, die Aufrufzahlen deines Kanals sind etwas niedriger als sonst. Klingt traurig. Das ist aber nur die Analyse dieser Woche. Und ich habe die letzten Wochen weniger Videos gemacht als die Wochen davor. Also sind natürlich die Aufrufzahlen etwas niedriger. Hier kann ich den Zeitraum auswählen, den ich mir anschauen möchte. Ich will mal 90 Tage. Das ist repräsentativer. Da sieht man, es ist auch innerhalb der 90 Tage ein bisschen weniger geworden. Wahrscheinlich, weil ich wirklich von zwei Videos die Woche die letzten paar Wochen runtergegangen bin und habe nur ein Video geschafft, weil es Videos waren, mit denen ich mir Arbeit gemacht habe. Ich hatte vielleicht ein bisschen weniger Zeit. Wenn ich mir jetzt unbegrenzt mal anschaue, seit Erstellung des Kanals, dann ging es doch tendenziell sehr nach oben. Mein erster Tipp, du kannst mit den Analytics deine Top-Videos und Playlists ermitteln und daraus einiges lernen. Ich wähle als Zeitraum mal die letzten 365 Tage aus und gehe mal auf Interaktion. Und wenn ich jetzt weiter nach unten scrolle, habe ich hier die Top-Videos, was die Wiedergabe im letzten Jahr angeht. Also in den letzten 365 Tagen. Wie gesagt, die Top-Videos. Und daraus kann ich natürlich schon mal ableiten, welche Themen sind besonders interessant offenbar für mein Publikum. Und das ist für mich schon überraschend, mir das jetzt nach einer Weile mal wieder anzuschauen, dass eines meiner Videos aus dem allerersten Jahr 2014 immer noch mein Top-Video ist, zum Thema Notenlernen. Und wenn ich mir die Top-Playlist direkt mal noch anschaue, ist das Thema auch ganz oben, die Playlist, die ich dazu erstellt habe, mit ein paar anderen Videos noch, Notenlernen für Gitarristen. Das ist mit Abstand ganz oben. Und ich habe zugegeben wenig zum Thema Noten gemacht in letzter Zeit. Ich habe mir meine Idee wieder notiert gerade und habe das vor, mal wieder was zum Thema Noten zu machen. Aber es lohnt sich offenbar, mir zu überlegen und immer wieder aufzuschreiben, was kann ich alles noch machen zum Großbereich Noten, Notenlernen für Gitarristen. Und die anderen Videos in dieser Top-Liste sind für mich genauso interessant. Ich kann übrigens auch immer hier noch mehr anzeigen über den Button. Hier, das ist doch total interessant, dass hier ein Video besonders viel angeschaut wurde. Und zwar war das Anfang des Jahres mein Video 7 Tipps für Vorspielsituationen. Auf dem Vorschaubild stand, spiel doch mal was. Was soll man spielen, wenn jemand sagt, spiel doch mal was vor? Das ist offenbar ein Thema, das die Leute bewegt. Auch dazu könnte man ja noch jede Menge Videos machen oder eine ganze Serie. War mir bis vor kurzem nicht bewusst, dass dieses Video so besonders hervorsticht. Ich gehe mal wieder zurück. Ich gehe nochmal auf die Top-Videos aller Zeiten. Das interessiert mich nochmal im Vergleich. Ich kann hier oben immer wieder das Zeitfenster ändern. Also der komplette Zeitraum, seit ich Videos mache. Die Top-Videos. Mehr anzeigen. Mich interessiert jetzt nochmal, welches meiner neueren Videos kann denn mithalten? Zählt mit zu den Top-Videos aller Zeiten? Denn ein neues Video hatte ja viel weniger Zeit, Klicks zu bekommen, als ein Video von 2014. Also schaue ich mir mal an, ist da ein ganz neues Video dabei, bei den Top-Videos. Was mir auffällt sofort, ist das Video, du klingst beim Gitarre spielen wie ein Anfänger. Das ging auch irre durch die Decke im Vergleich zu allen anderen Videos. Und ich habe mir schon notiert, zu dem Thema auch wieder was zu machen. Das waren Tipps, wie man weniger anfängerhaft klingt. Also das spricht für ein Interesse an bestimmten Themen. Wenn du deine Top-Videos analysierst, mach einfach mehr dazu. Fülle die Playlist zum Thema. Mach einfach noch mehr Videos dazu. Okay, zum zweiten Tipp gehe ich wieder auf Analytics, Zielgruppe. Und jetzt schaue ich mir an, andere Kanäle, die sich deine Zuschauer ansehen. Und andere Videos, die sich deine Zuschauer angesehen haben. Das finde ich auch spannend. Da schaue ich zum Beispiel ab und zu mal rein, wenn ich keine Idee habe für ein neues Video. Dann stöbere ich mal in den Kanälen der Kollegen. Fingerfuchs zum Beispiel, der Andi, ist auch ein ganz toller Kanal mit vielen spannenden Videos. Und da kann ich mich gut inspirieren lassen, ohne dass ich jetzt was imitieren würde, was er macht. Oftmals schaue ich mir nur den Anfang an. Und das löst bei mir einen Gedanken aus, was ich wiederum machen könnte. Oder Kommentare unter so einem Video. Bernd Kills ist einer, in dessen Videos ich immer wieder mal reinschaue und was lerne. Und das löst bei mir immer wieder eigene Ideen aus. Oder dass ich denke, das, was ich machen wollte, könntest du doch auf eine ähnliche Art erklären. Oder umgekehrt ein Thema, das ich auf eine ganz andere Art erklären würde. Also ich würde nicht so rangehen, jetzt Dinge zu kopieren, sondern mir Inspiration zu holen bei den Kollegen. Und dann weiß ich, das wird meine Zuschauer auch interessieren. Weil das ja die Kanäle sind, die sich offenbar meine Zuschauer auch anschauen. Und dasselbe gibt es nochmal für Videos. Das sind immer drei Seiten. Und ich glaube, das ändert sich einmal die Woche, was mir da angezeigt wird. Und oft reichen mir schon die Überschriften. Oder ich schaue mal ganz kurz rein. Was kann die billigste Gitarre von Thomann? Sehe ich hier. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ob ich so ein Video mal machen soll. Eine billige Gitarre mit einer teuren Gitarre vergleichen. Das holt dann diese Idee bei mir wieder aus dem Gedächtnis. Und dann würde ich mir vielleicht mal anschauen, wie hat der Kollege das aufgezogen? Was gefällt mir? Was gefällt mir weniger? Was habe ich da für eine eigene Meinung dazu? Und das ist eine Ideenquelle, wo ich weiß, das ist nicht zu weit weg von dem, was die Leute wollen, die sich meine Videos anschauen. Und es kann natürlich auch nicht schaden, unter diesen Videos oder auf diesen Kanälen zu kommentieren, mir das anzuschauen. Und jeder Kommentar unter einem Video ist erstens eine Wertschätzung dem Kollegen gegenüber und dann ja auch wieder ein Link auf meinen eigenen Kanal. Das sehen die Leute ja, Gitarren-Video-Unterricht, hat hier was kommentiert? Schauen wir uns doch mal an, wer ist das? Was macht der? Also auch dafür nehme ich mir immer wieder mal Zeit, ein paar Kommentare zu schreiben unter gute Videos meiner Kollegen. Dritter Tipp, ich schaue mir an, wie viele neue Abonnenten ich mit welchem Video dazu gewonnen habe. Dazu kann ich zum Beispiel wieder auf das einzelne Video gehen, Analytics, und sehe auf den ersten Blick, dass ich mit diesem Video 36 neue Abonnenten dazu gewonnen habe. Und das ist eine ganze Menge in meinem Vergleich, für andere mag das wenig sein, aber wenn ich mir ein anderes Video anschaue, naja das allerneueste, das ist noch nicht so lange draußen, seit gestern, keine, das hat noch keiner meinen Kanal abonniert, nachdem er dieses Video gesehen hat, aber das ist vielleicht jetzt noch nicht repräsentativ. Ich nehme mal eines von vor einem Monat etwa. Mein Gitarren-Equipment 2021 hat mir neun Abonnenten gebracht. Es gibt auch Videos, die haben mir nur ein oder zwei Abonnenten gebracht. Also die Idee wäre, Ideen zu wiederholen, mehr dazu zu machen, zu denen ich viele Abonnenten dazu gewonnen habe. Das heißt doch, jemand hat es angeschaut und war davon so überzeugt, dass er gesagt hat, ja, den abonniere ich, in der Richtung möchte ich mehr sehen. Das ist doch quasi die Aufforderung. Lieber Gitarrenlehrer, mache mehr in dieser Richtung. Wenn ich sehe, bei diesem Video habe ich das Abo bekommen, ist das unheimlich wertvoll. Das ist doch wie, wenn der Schüler im Unterricht sagt, Mensch, die Stunde heute war besonders toll, danke, gerne mehr davon. Das Problem ist, dass wir diese direkte Kommunikation ja nicht haben, wie im normalen Unterricht und dass wir immer nur Annahmen treffen können, was den Leuten gefällt und was nicht. Und da können wir sehr daneben liegen. Deswegen ist es so wichtig, sich diese Analytics auch anzuschauen, dass wir das einfach mehr und besser abgleichen, was wir uns denken, wie gut unsere Videos waren und wie die Leute das wahrnehmen. Und am Ende geht es ja nicht darum, Recht zu haben, dass wir immer wieder das machen, was wir toll finden, sondern auch zu hinterfragen, war das wirklich so gut? Und wenn sich keiner angeschaut hat, dann war es wahrscheinlich nicht wirklich so toll. Der vierte Tipp wäre, dass du dir deine Zielgruppe mal anschaust. Wer ist das? Und wann schauen sich die Leute deine Videos an? Auch eine unschätzbar wertvolle Information. Zielgruppe. Erstmal zur Uhrzeit. Wann sind die Leute aktiv? Wann schauen sich die Leute meine Videos an? Je dunkler, desto häufiger. Und da sehe ich, dass ich mit dem Posten meistens am frühen Abend ganz gut lege. Also so um 18 Uhr, 18.30 Uhr herum ist es relativ konstant, sieben Tage die Woche, dass Leute sich meine Videos anschauen. Und das ist üblicherweise auch eine Zeit, zu der ich Neues veröffentliche, auch weil es sich aus meinem Arbeitsablauf heraus so ergibt. Das wäre ja gut zu wissen, dass du möglichst gleich Schwung erzeugst für dein neues Video. Wenn ich meine Videos um 6 Uhr morgens posten würde, hätten dies bedeutend schwerer gefunden zu werden. Und wie vielen Leuten deine Videos angezeigt werden, das ist davon auch abhängig, wie die ersten Zuschauer darauf reagieren. Und wenn es eine Zeit ist, eine blöde Zeit, zu der sich ohnehin niemand deine Videos anschauen würde, dann hast du von vornherein schlechte Karten. Also besser zu einer Zeit neue Videos veröffentlichen und posten, wo sich das viele Leute anschauen, wo viele Leute deiner regulären Zuschauer auch vom Rechner sitzen oder am Handy. Und bei mir ist das eben offensichtlich um 18 Uhr herum. Dann ist auch interessant natürlich Alter und Geschlecht. Das kann man auch für jedes Video einzeln anschauen. Ich mache das nochmal direkt. Ich gehe nochmal zurück, weil mir das genaueren Aufschluss eigentlich noch gibt. Also über Inhalte. Nehme ich wieder mein Pentatonik-Video von vor zwei Wochen. Gehe auf Analytics. Zielgruppe. Top Länder Deutschland. Das ist keine große Überraschung. Bei einem deutschsprachigen Kanal. Achso, hier war es schon. Alter und Geschlecht. Das fand ich so spannend, dass dieses Video zu 100% von Männern angeschaut wurde. Keine Frau interessiert sich offenbar für die Pentatonik. Zumindest nicht, wenn es von mir erklärt wird. Das ist bei anderen Videos anders, bei manchen. Aber bei mir ist der Großteil männliche Zuschauer bei meinen Gitarren-Videos. Und vom Alter her, das finde ich auch spannend. Die Altersgruppe, die am häufigsten vertreten ist, ist 55 bis 64 Jahre. Wie gesagt, für jedes Video ein bisschen anders, aber die Tendenz ist bei mir bei allen Videos so, dass ich bei den Ü30 Zuschauern männlich die allermeisten Zuschauer habe. Und das ist doch wichtig, sich das klarzumachen, wenn du vielleicht im Musikunterricht bisher es immer mit Jugendlichen zu tun hast und deine Konzepte darauf ausrichtest, dein Unterricht, deine Inhalte. Dann ist das doch was komplett anderes, zu wissen auf einmal, Mensch, das sind eigentlich alles Männer über 30 oder über 50, die sich das anschauen. Wenn ich das im Hinterkopf habe, dann gehe ich doch anders ran. Also das ist schwer jetzt zu sagen, das und das muss ich konkret anders machen, aber es ist gut zu wissen und zu bedenken, wenn man das nächste Video plant, wer ist das überhaupt, der sich das anschaut. Okay, und der letzte Tipp, den ich dir für heute zu den Analytics geben möchte, ist die sogenannte Klickrate. Ich nehme einfach nochmal ein anderes Video aus der letzten Zeit, gehe wieder auf die Analytics zu diesem Video und jetzt auf Reichweite. Und da habe ich diesen schönen Trichter auf der rechten Seite angezeigt und der zeigt mir die Impressionen an. Das heißt, wie vielen Leuten wurde das Video angezeigt? Seit der Veröffentlichung übrigens, 220.000 Leute etwa und die Klickrate, also die Leute, die auch draufgeklickt haben und es sich angeschaut haben, sind 3,5%. Jetzt ist diese Zahl nicht so aussagekräftig alleine, aber das ist wieder eine Vergleichszahl. Du kannst es wunderbar vergleichen mit deinen anderen Videos und darüber Rückschlüsse ziehen. Du musst dir vorstellen, Leute kriegen das Video angezeigt und entscheiden, ob sie es sich anschauen oder nicht. Ich würde sagen, das ist zum größten Teil das Vorschaubild, das darüber entscheidet. Du könntest damit also ermitteln, welche Vorschaubilder, welche Thumbnails funktionieren besonders gut, welche funktionieren überhaupt nicht. Ich vergleiche es nochmal mit einem anderen Video, also 3,5% waren das gerade. Ich nehme mal das Video, das ich in der Woche davor gemacht hatte. Wieder Reichweite, diesen Trichter, 2,9%. Also das hat weniger Leute angesprochen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Hier ist relativ viel Schrift, mein komplettes Equipment. Da würde ich jetzt denken als Zuschauer, ja, das schaue ich mir irgendwann mal an, ist vielleicht ganz nett. Aber bei dem anderen Video davor macht das Vorschaubild einfach sehr viel neugieriger. Ich hatte keine Ahnung. Da will man natürlich wissen, was war das, worum geht es da. Dass es dabei eigentlich nur um den praktischen Einsatz von Dreiklängen geht. Das ist nicht zu sehen in diesem Vorschaubild. Aber ich habe mir was überlegt, was möglichst viele Leute dazu bewegt, da mal reinzuschauen in das Video. Und deswegen hat das die höhere Klickrate. Mehr Leute, denen es angezeigt wurde, haben es auch angeklickt. Könnte man also daraus ableiten, dass man sowas öfter mal in der Art imitieren sollte. Natürlich ist es nicht nur das Vorschaubild, sondern auch der Titel und vielleicht auch das Thema allgemein. Aber einfach mal vergleichen, welches Video wurde von vielen Leuten angeschaut. Denen es vorgeschlagen wurde. Und bei welchem Video haben die Leute gesagt, nee, interessiert mich weniger. Ich schaue mir lieber was anderes an. Ja, das waren meine fünf Tipps zu den YouTube Analytics. Wenn du mehr von mir lernen möchtest, wie ich meinen Gitarrenkanal aufgebaut habe. Und wie ich vor allem auch meine Videokurse mache und verkaufe. Wie ich es geschafft habe, in relativ kurzer Zeit von Zeit gegen Geld loszukommen und mir ein Online-Business als Gitarrenlehrer aufzubauen. Dann schau dir auch mal meinen Kurs an, den ich unter jedem Video verlinke. Videokurse für Musiklehrer heißt der. Da erzähle ich dir oder erkläre ich dir Schritt für Schritt, wie es für mich funktioniert hat und wie es auch für dich funktionieren kann. Von zu Hause aus zu arbeiten, mit deinen Videokursen und passives Einkommen zu generieren. Das war es von mir für heute. Abonniere auch meinen Kanal, wenn du neu hier bist. Und gib mir den Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.